hallo willkommen hier bei rotudi workshop hier jetzt mal firefox wie man ganz einfachen bookmark von der seite anlegen kann wir kennen das problem wir haben eine seite geöffnet zum beispiel ein video und jetzt fällt uns bei diesem video ein dieses video diesen link den brauche ich jetzt mal dringend als bookmark ich kann das natürlich über die lesezeichen ganz normal machen das geht aber beim firefox viel einfacher ich markiere den text klicke mit der linken maustaste an und ich bin hier in meine toolbar rein siehe da ich habe hier den link von meinem video natürlich kann ich auch noch ganz andere sachen machen ich kann zum beispiel ich habe hier drin auch links hinterlegt ich kann zum beispiel link hier nehmen und kann ebenso hier rein klicken und habe dann den link hier das war's ich hoffe es war interessant und wir sehen uns wieder hier bei www.rotudi.de